Also Sie müssen wissen, Herr Doktor, ich bin in diesen Dingen noch eher unerfahren. In welchen Dingen, Herr Dorek? Ihm darüber reden, meint er. Ihm reden überhaupt. Und Sie, Frau Dorek? Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Was Sie an Ihrer Frau besonders schätzen, Herr Dorek? Sie haben gesagt, sie ist sehr klug, gebildet, tüchtig. Was fällt Ihnen dazu noch ein? Ich meine, vielleicht mehr von der, von der emotionellen Seite her betrachtet. Ja, also von der emotionellen Seite her betrachtet ist sie wirklich überaus emotionell, sehr... Gefühlvoll. Naja, eher nur gewisse Gefühle. Ich würde sagen, sie ist sehr temperamentvoll, hitzig, könnte man auch sagen. Sie ist sehr schnell auf 180, wenn Sie verstehen. Nur bei dir. Sie ist aber auch sehr feinfühlig, sensibel, empfindsam. Ja, empfindlich, sehr empfindlich. Nur was dich betrifft. Er ist Realist. Das schätze ich an ihn. Er ist Realist und Minimalist. Darum beneide ich ihn. Er kann hochkomplexe Dinge auf einen ganz simplen Nenner bringen, auf seinen Nenner. Das ist ein Bührungstück. Das klingt sehr verantwortungsvoll. Ja, verantwortungsvoll, das ist er. Im Büro. Da ist er so verantwortungsvoll, dass für zu Hause nichts mehr übrig bleibt. Warum kommst du so spät nach Hause? Am besten, du sprichst mich nicht darauf an. Am besten, du sprichst mich auf gar nichts an. Was gibt's zu essen? Was gibt's来!